Was wünschen Sie sich eigentlich für die Zukunft? Neueste Technologien? Transparente Maschinendaten? Höhere Produktions- und Prozesssicherheit? Unkomplizierten Support? Durch die Lösungen unserer Digital Suite lassen sich Ihre Schularpressen sowie Fremdanlagen einfach digital nachrüsten. Bundle muss nicht immer neu heißen. Damit Ihre Anlage zukünftig noch effizienter und störungsfreier läuft, haben wir unter anderem das Steuerungs-Retrofit inklusive Space Bedienpult entwickelt. Das Ergebnis? Mehr Leistung, mehr Sicherheit, verbesserte Wirtschaftlichkeit. Bereit für Industrie 4.0. Ungeplante Maschinenausfälle und hohe Ausfallkosten sind somit Vergangenheit. Sie wünschen ein Tool, das verlässliche Maschinen- und Produktionsdaten liefert? Jederzeit überall abrufbar? Machine Applications bieten präzise Informationen zur Produktionsoptimierung und schnellen Fehleranalyse, ob Produktionsstatus oder relevante Temperaturdaten. Über unser Edge-Device werden Daten in die Schula-Cloud übertragen und sind anschließend im MySchula-Portal auf Ihren Smart Devices einsehbar. Ihr Werkzeug soll optimal geschützt sein? Visual Dye Protection. Unser kamerabasiertes System zur Werkzeugüberwachung erkennt Fremdkörper und stoppt Maschinen noch bevor teure Schäden entstehen. Das Upgrade VDP Analyzer ermöglicht es anschließend, die Fehlerursachen detailliert zu analysieren. Sie benötigen schnellen Support? Mit Schula Connect helfen wir Ihnen effektiv beim Troubleshooting aus der Ferne per Smart Glasses oder Smartphone. Anwender verbinden sich einfach mit unseren Experten und tauschen Anlagedaten über Bilder oder Videoübertragung in Echtzeit aus. Unser Hotline Remote Service bietet weltweite Problemlösungen in kürzester Zeit, 24-7. Profitieren Sie von unseren digitalen Lösungen, ob Space Bedienpult, Machine Applications, Visual Dye Protection und Analyzer oder Schula Connect. Auch weitere Serviceleistungen für mehr Anlagensicherheit und Verfügbarkeit müssen kein Wunsch bleiben. Der Schula Service macht Sie wahr.